Ich finde, wir müssen endlich die Rahmenbedingungen verbessern, dass wir bei der Wärmewende vorankommen. Dafür haben wir Grüne einen Aktionsplan Faire Wärme vorgestellt. Da haben wir verschiedene Maßnahmen, unter anderem Förderprogramme, aber auch Veränderungen beim Erneuerbaren Energien- und Wärmegesetz, das beispielsweise auch im Bestand gelten soll, und viele andere Ideen gesammelt, weil es uns wichtig ist, dass wir bezahlbares Wohnen und klimafreundliches Wohnen zusammenbringen, weil beides ist uns ein ganz wichtiges Anliegen als Grüne.